Bin ich so richtig drauf? Aber noch ein Stück höher wieder. Ja, so. Jetzt hier weg. So? Ja, so. Fertig mit dem Schwimmen. Jetzt schaue ich natürlich genau gegen die Sonne. Jetzt geht es erstmal nach Hause, frühstücken und dann wird ausgepackt. Das ist doch ein Wetter, sage ich euch. Ja, der hat eben nach Hause gekommen, strahlender Sonnenschein. Jetzt ist alles glitschnass und wieder strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Hey! Hey! Ja, sag mal, ey, was soll denn das? Das ist ein Wetter, ah? Nur denn, dann bin ich wieder. Jetzt geht es endlich ans Ausbacken. Einmal habe ich hier Koro Drogerie, den Karton. Das ist nur ein kleiner. Das geht nämlich schnell, deswegen ziehe ich den erstmal vor. Und dann habe ich hier von Veggie-Letter.de habe ich jetzt endlich die Box bekommen. Bin ich jetzt echt mal gespannt, was da drin ist. Messer habe ich auch. So. Einmal habe ich hier von der Koro Drogerie Weizengraspulver. 500 Gramm, also ein halbes Kilo. Verlinke ich euch unten. Könnt ihr das bei der Koro Drogerie bestellen? Das wollte ich mal ausprobieren. Waschmittel, wie ihr das hier seht. Koro Waschmittel Color Flüssig. Ein Liter. Verlinke ich euch auch unten. Wenn ihr mit dem Gutscheincode vegane Zeit bestellt, bekommt ihr bei der Koro Drogerie übrigens 5%. So. Sollte es, glaube ich, gut zu sehen sein. Könnt ihr einfach mal auf Pause machen. Dann seht ihr selber, was da alles genau drin ist. 6 Tortilla Wraps. Sauce Hollandaise. Bio Vegan. Ich glaube, die habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Und das ist echt gemein. Schon wieder grüner Spargel. Ich sehe in letzter Zeit ständig grüner Spargel. Und ich muss mir, ich liebe den. Ich muss mir den echt, glaube ich, mal langsam besorgen. Bio Pasta. Bio Hartweizengrieße. Ja, ganz normale Bio Pasta. Matchepampe. Okay. Das Zeug heißt tatsächlich. Matchepampe. Bio Tomatensoße. Nackt. Heißt das nackt. Berry Light. Raw Fruit and Nut. Bar. Simply Yummy. Also das ist was, was nichts für mich ist. Vega Sport. Energy. Dann haben wir hier 6 Keks mit Heidelbeerfüllung. Interessant. Kenne ich noch gar nicht. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Auf der einen Seite steht irgendwie eine andere Sprache als auf der anderen. Hier steht, hier sollte Deutsch sein, glaube ich. Zahngel. Vitamin B12. Ja, schade. Eigentlich brauche ich das nicht. Aber vielleicht gebe ich das meiner Freundin oder Verwandtschaft. Weil ich benutze ja meine eigene Zahnpasta. Juuu. Müll. Sehe ich das am Display nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich hoffe ihr seht es. Ansonsten in die Kamera, wenn es nicht klappt. Aber es sollte eigentlich ganz gut klappen. Light Toast. Wall Crane Arts. Das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich werd mir jetzt gleich mal so ein Lied reinziehen. Die machen mich jetzt echt neugierig. Wer euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, klickt hier unten auf den Abonnieren Button. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Wer ist schön dran. Maybe auch noch weiter. Da.